Ich habe mich boostern lassen. Ich habe also jetzt schon drei Chips im Körper, mit denen mich Bill Gates steuern kann. Wahrscheinlich läuft in mir schon Windows 12. Ich bin aber nicht zum Zombie mutiert. Gut, ich trinke abends schon mal ein paar Liter Blut, aber das ist, glaube ich, normal. Und viele Leute haben ja geglaubt, dass man durch die Impfung zu einer Art Zombie wird. Und wenn man sich in Berlin umschaut, muss man sagen, ja. So ist es gekommen. Langsam aber sicher ziehe ich in Betracht, dass es sich bei Corona um einen Intelligenztest einer außerirdischen Macht handelt. Den wir gerade mit der Note ungenügend abschließen. Egal. Egal.